Hallo Leute, mein Name ist Stefan. Ich bin von Austria Commentaries. Dies ist mein erstes Commentary überhaupt. Es spielt auf Nuketown, ist ein Game von mir. Ich spiele mit der Famas und mit Dual Mags. Aus Perks habe ich glaube ich Flag Checked, Slide of Hand und Marathon. Der Game Tip ist Demolition. Ascend Equipment habe ich Claymore, Frack und Concussion. Also Blank Granade. Stunt Breeding. Ja, paar Sachen zu Nuketown. Nuketown mag ich eigentlich nicht. In Demolition ist es aber gar nicht so schlecht, finde ich. Da ist viel Action, es ist ein bisschen schwierig die Bombe A zu platzieren. B ist relativ leicht, wenn man mit einem Team zusammenhelfen oder mit Freunden zockt oder sonstwas. Da ist es relativ einfach. Ja, aber das ist heute eigentlich nicht das eigentliche Thema. Ich will heute über Modern Warfare 3 und Battlefield 3 sprechen. Nämlich, was mir bei Modern Warfare 3 nicht so gefällt. Das ist, dass es keine neue Engine hat. Und auch... Ja, da komme ich dann noch zu. Vom Sound her. Äh, ja. Also, Battlefield 3 hat ja eine neue Engine, die Frostbite 2 Engine. Und kommt am 27. Oktober raus, glaube ich. Zugegen Modern Warfare 3 hat noch immer die gleiche Engine wie Modern Warfare 2. Kommt am 8. November, glaube ich jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 9. November. Und sowas kommt es raus. Ich habe mir schon beide vorbestellt. Ich meine, Battlefield 3 und Modern Warfare 3 sowieso hin muss. Also, großartig darüber zu diskutieren ist dann eigentlich auch unnötig. Da, wie gesagt, jeder bestellt sich alle zwei vor. Oder... Wenn man wirklich nur 50 Euro hat oder sonst was... Würde ich schon eher auf... Ja, schon wäre wirklich schwierig hier entscheiden, muss man schon sagen. Ich würde schon fast Battlefield kaufen. Und dann irgendwie danach... Ja, Battlefield, weil es früher rauskommt. Und dann nochmal 50 Euro zum Sand sparen. Und dann Modern Warfare 3 holen, wenn es dann rauskommt. Und... Ja... Ja, und dann noch zum Sound direkt zurückzukommen. Der Sound... Ich habe mir da so ein Video angeguckt. Von Modern Warfare 3 in so einer U-Bahn. Da haben wir so... U... U... U-Bahn gesprengt. Sonst war es unter Wasser. Und da sind ein paar negative Punkte aufgefallen. Da hat einer so mit einer Pistole geschossen. Oder war das... E... Der Spieler. Keine Ahnung. Und die hat sich komplett gleich angehört. Was noch dabei ist, war die AA-12. Die... Shotgun von Modern Warfare 2. Die hatte auch die gleichen Sound. Sah aber viel geiler aus. Also... Das ist mal ein negativer Punkt, dass der Sound gleich ist. Ich habe keine Ahnung, wie sich die in echt verhalten, anhören sonst was. Aber... Ja, ein bisschen modifizierte Sounddingens wäre auch nicht schlecht. Ja, und jetzt ist die erste Runde mal vorbei. Der zweiten Runde gleich am Anfang benutze ich meinen Chopper. Der fliegt dann gleich rum. Und... Mach ich gleich die Tür auf und mach ein paar Headshots. Ja. Also jetzt spawn ich Chopper. Blablabla. Und... Ja, über Steam könnt ihr mich noch nicht adden. Oder könnt ihr mich schon adden, natürlich. Aber... Da müsst ihr mir eine Private Message schicken. Ähm... Ja. Denn sonst... Ist das kacke. Wenn da jeder mich addet. Oder auch keiner. Egal. Ich hab da schon relativ viele Freunde. Deswegen weiß ich nicht, wie viele da noch ausgehen. Also ja. Also wenn ihr mit uns spielen wollt. Ich betone auf uns. Denn morgen... Habe ich noch einen Gast. Beziehungsweise macht ihr mit bei diesem Channel. Der Valentin. Wir machen dann morgen ein Special. Also ein Special of Nix. Das ist ein... Oder auch übermorgen. Kommt drauf an. Oder auch das nächste Video. Oder das übernächste. Das kommt ganz drauf an. Aber auf jeden Fall. Wird da was kommen. Wo wir dann österreichisch sprechen. Also mein jetzt... Österreichischen Akzent. So wirklich... Österreichisch. Das werde ich in diesem Video noch nicht. Erst beim nächsten Video mit Valentin. Und die Feinde bringen es in diesem Video nicht fertig. Die Bombe B zu platzieren. Die eigentlich relativ leicht zu platzieren ist. Wie man sieht auf der UAV. Kämpfen die alle hinten am Spawn. Entweder werden die da durch irgendwas hinten gehalten. Von unserer Infanterie oder sonst was. Oder sie haben einfach keinen Bock vorzurücken. Und zu sterben. Das kann irgendwas sein. Killsteak muss ich noch sagen was ich habe. Ich habe... Wie man auch schon gesehen habe. Ich habe ein Helikopter. Dann habe ich Rolling Thunder. Und sowieso Chopper. Also 7, 8 und 9. Das finde ich immer ganz gut. Die Kombination mit Hardliner ist das überhaupt praktisch. Da ich meistens beim Achterkörstich sterbe. Das ist keine Ahnung. Das ist wie so. Da sterbe ich meistens. Äh ja. Deswegen ist es auch so praktisch. Das geht nicht noch. Das geht nicht dauert. Eine Minute circa. Ja. Die Steps fragen noch nicht. Die sieht man da nicht gleich. Er hat gesagt morgen dann das nächste Video. Mit dem Valentin. Mit Akzent. Und sonst was. Ja. Und hier nochmal schön ein Beispiel mit Spawn Camp in Black Ops. Es geht wunderbar. Sieht man ja hier so schön. Und jetzt kommt er mit Plastic Knife und schießt mir voll den Schädel weg. Ja. Jetzt nochmal schön. Granate auf dem Boden. Explodiert. Und das Gameplay ist fertig. 2-0. 50 zu 7. Sieht man gleich die Stats. Ja. Die F50 7. Das finde ich ganz gut für New Nookton Demolition. Hab auch ziemlich offensiv gespielt. Und ja. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.